Soff, jetzt guck, jetzt guck da mit seiner Schrotze. Hey Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Vigor mit Nadine, Thomas und Mario. Und diesmal hat Nadine wieder voll ihren Namen alle Ehre gemacht. Königin Elisabeth, die zweite Hildegard. Wie? Wie war es? Killer Queen? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Dankeschön. So wie vorhin gleich alle in den Toren... Ah, ja, ich lasse euch das noch. Ich habe eine Bombe hier von echt jetzt. Eine Bombe? Doch, ich ping jetzt. Ja, die sind hinter uns. Ja. Ah, war fast schnell umstehen. Ja, ja komm. Die warten doch nicht, die laufen doch weiter. Ja, ich gehe jetzt trotzdem ping. Na, mach das. Denn weißt du, ob es Ena ist oder du. Oh, wenn Ena alleine wäre, wäre super, der hat keine Waffe mit. Ähm, es sind drei Mann, aber die sind beim Haus des Vorarbeiters. Äh, was? Ja. Wie, jetzt der ist wieder zurückgerannt? Und einer ist hier. Bei zwei. Und die anderen sind zwei Mann bei Haus des Vorarbeiters und zwei Mann sind Fischerdorf. Sehr geil. Keiner zum Point of Interest. Ich gehe trotzdem gucken, ob ich sie wegsnacken kann. Einfach, weil ich es kann. Der Ena alleine hat nämlich keine Waffe mit. Vielleicht hat er jetzt Ena gefunden. Ach, wir werden sehen. Negative Snack. Negative Snack. Schneckchen kommt. Oh, hier war schon Ena. Hier war schon Ena. Am Wasser. Oh, wir hatten da schon den Drops von euch gefunden. Mwah. Das ist schon mal Schneck. Der sagt gar nichts mehr, ne? Der ist richtig gut. Ja, ja, der ist richtig konzentriert. Der denkt so, oh, wegen der Stange, merken Sie das nicht. Ja, vor allem, der hat gerade die Taschen so voll, der platzt gleich. Was? Merkst du? Seine Stimmlage. Oh ja, der hat da was verschluckt. Geh mal in den Dresor kacken. Mhm. Du, ich finde den Typen nicht mehr. Er ist weg. Ja, die sind ja beim... Ja, bei der Einzelspieler, weiß ich, wie ich meine. Ich staune aber, dass hier wirklich hier oben keiner gestartet ist. Ja, Eko. Also bei uns. War das Bus, das Betriebs? Meinst du, die sind da oben noch? Das waren zwei Dus und ein Einzelspieler. Ja, der Mütter Einzelspieler bei dem Haus des Vorarbeiters sein, ja. Nö. Nö. Da, da, da. Das verstehe ich nicht. Was verstehst du nicht? Perfekt. Perfekt, die Akkus von meinen Heiligen Scheinen sind auch schon wieder leer. Habt das Spiel, was ihr spielt auch, weiß aber nicht, wie das geht. Wir haben auch, es war schon was Eltern-Tipps- und Tricks-Video, aber ansonsten... Du brauchst ja nie wissen, wie das geht. Einfach rinnen und los machen. Rinnen, Olga. Erstmal stürzt du die ersten 20 Runden und dann lernst du. Nee, die ersten Runden würde ich halt einfach hauptsächlich auf Flut gehen. Und wenn nicht, frag einfach immer, immer fragen. Und auf welcher Plattform bist du unterwegs? Nichts, weil... Wir haben hier auch immer welche, die Mitspieler suchen und so, wisst du? Die würden dir da sicher helfen. Die sind da nicht so. Sind eigentlich alle ganz nette hier. Ganz, ganz nette. Ich hab keine Ahnung. Ich will irgendwie, irgendwie will ich schießen. Naja, schon, aber... Ja. Wir haben ja gerade keinen. Wenn Fischerdorf unten war und Haus des Vorarbeiters, kommen ja höchstens die vom... War einer alleine, ja? Naja, nee, hat er nur gekriegt. Achso, du hast ja nur den Dings... Okay. Jaja. Hast du schon beide Schalter gefunden? Nee, ich hab den Tresor. Mach du mal die Schalter. Ich warte am Tresor. Sicher, sicher. Ja, eh, eh, hab ich hier. Krass, man sieht ja mal nix, wenn man die blöden Dinge hier vor der Funzel hat. Ist drinnen, drinnen noch ein Schalter? Oder hinten? Ich gucke. Guckst du? Wenn ich jetzt aber hier an hier rankomme, das ist ja dieser blöde Ausgang. Dann hören sie ja gleich, dass ich so auf der Schliche bin. Oh, der sitzt direkt vor mir. Du spielst jetzt... Das machst du den Lone Wolf spielen, oder was? Der Schalter muss drinnen sein, Tomaschek. Merlin, du hast ihn aber, ja? Hm, der nenne ja. Und den zweiten auch. Hihi, happy ist er okay, jetzt kann ich kommen. Hier ist er doch, hier oben. Der summt ja so laut. Hast ihn. Ja, warte, da muss ich auch noch mal drücken. In der Zeit kommen die bestimmt vom Fischerdorf. Kriegt ja bestimmt eine Breitseite hier. Ja. Hör auf jetzt. Ja. Oder die sind gleich hier beim Container. Hab ich noch einen... Ich hab noch einen Ping, ich ping mal. Ich hab auch noch einen. Der nächste an uns dran ist bei euch in Richtung am Wasser lang. Da gehen sie. Auf eins? Ja. Der Mike jetzt hier die Büchse auf. Nö, nimm. Nö. Ich öffne... Ich öffne... Jetzt. Alter, Wattenkartoffel, ey. Und der olle Container bewegt sich nicht mal. Kann man das von hier aus... Uh. Aufschließen. Ah, Ausrufezeichen. Das war... Ach so, ja. Genau, genau. Ah, ah, ah. Onkel Monte. Einfach rein und Kills versuchen zu holen. Am besten Nutros und PS4. Ansonsten auch auf den Discord. Hier zum Beispiel unser Tomacek, mit dem wir gerade spielen. Oder Ena, der heißt hier... Wie heißt er denn hier? DJ... Im Spiel heißt da irgendwas mit Schumi. Er guckt heute leider gerade nicht... Ach, Quatsch. Was mach ich denn? Ähm. Der sucht auch öfters Mitspieler und so. Also, ne? Jetzt nehm ich nochmal so ne olle Kassette mit raus. Naja. Das nehm ich und zweimal Desinfektion. Naja, ja, ja. Sind sie bei mir. Hey, komm mal. Hier ist noch Zeug drin in dem Ding. Ich hab nur mir die Kassette... Desinfektion... ...und Waffenkomponenten gemopst. Hier bei mir. Oh, ich krieg schon Ene. Warte. Oh, der ganze Spaß geht ohne Milch, Manu. Ich bin nicht so schnell. Der hat so einen dicken Hintern. Hier drüben ist Ena. Ah, jetzt hat er mich echt jetzt nur, weil ich kurz gekickt hab. Ach mal, ey, was ist denn heute los, ey? Ich hab nur Pech. Wann bin ich denn vorgegangen zum Ping? Ich weiß es nicht. Eine Runde Mitleid in den Chat bitte für Mario. Rechts von dir, ja. Da ist der andere hinter dem anderen Haus. Wemann jetzt? Einer links, Einer rechts sozusagen. Ach komm. Das kann doch nicht sein. Was ist denn? Ich hab diese L85A1. Ich hab den vier oder fünfmal getroffen und es lebt noch. Hier ist Kacke. Das ist doch eine Verarsche. Nee. Wo ist denn der jetzt? Hier hinter oder so, ne? Irgendwo da. Ey, tut mir leid. Der Einer hat eine Schrotze. Mit dem Blendgranaten, klar, ne? Also die Dinger, die sind bei mir wie Knallerbsen. Die bringen gar nichts. Ja, ja. Echt jetzt? Die zieht so nah oben. Wo sind jetzt hin? Ich weiß ja nicht. Ping doch mal kurz, damit Thomas Steck vielleicht umlaufen kann. Ah ja. Das ist ja mal eine Idee. Mann, Mario. Jetzt mal dir neben mir geht's dummisch, Storben. So, Einer ist hier am Häuschen. Du bist der? Der am nächsten dran ist. Ja, vor dir das Haus. An dem Wasser. Wasserhäuschen. Ah ja, da rennt er. Ach, shit. Jetzt ist er zwischen den beiden Häusern. Oh, wieder nur angehittet. Echt jetzt? Lauf rechts rum um das andere. Ja, guck mal, da vorne war er grad. Echt? Nee, bei Tomaschek. Aber die waren zu zweit, oder? Mhm. Ich komm jetzt vor, lass doch egal. Ja, guck mal, da ist er. Der guckt nicht auf dich. Nee, der guckt auf mich. Los, los, los. Der gibt mir. Gib ihm. Nein, 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 nein. Pass auf. Jetzt guck. Jetzt guck da mit seiner Schrotze. Oh, hier liegt noch einer. Nadine. Ja, ich muss machen. Ach, Gott sei Dank. Ja, warum stirbst du schon wieder? Na, weil der, äh, ich hab den an der Küste nicht gesehen. Den hat Tomaschek abgemacht. Nee, alle Tuts. Ja, äh, also was hat's auf, Tomaschek. Tomaschek hat den hier vorne getroffen und dann sind der Beete umgefallen. Ich reanimiere dich und dann kommst du mich abknallen? Oder was? Wie machen wir das jetzt so? Das ist jetzt blöd, ne? Oh, guck mal. Ah, und das zerstörte Träume. Nee, ich kann ich eh nicht mehr raus schleppen. Was soll ich denn dann nur alle raus schleppen? Ja. Oh, geil. Nimm den drauf und geh raus. Jawohl, ihr wollt ja nur wieder mitspielen. Benzin hast du und dann geht's los. Ach so, ja, kann die gleich hier rausgehen. Ah, ich zeig Benzin? Oh, ne Bugel. Ja, komm, ich losgegeben. Die waren doch oben bei dem Rastplatz da. Die haben doch bestimmt Benzin einstecken. Hast du den, äh, Schatz schon gemacht? Naja, ach, naja, komm. 0,1er KD hatte der, der eine. Tja, auch der muss ja seine Lorbeeren verdienen. Naja, der hat mich ja von der Seite erwischt, den hab ich ja nicht gesehen, der hat ja im Gebüsch gerockt. Gebüsch, ja. Und ich lieg, hast du mich schon gelootet? Ich lieg auch noch irgendwo. Ich hab keine Ahnung, wo liegst du denn? Ich weiß auch nicht mehr. Ähm, ich lieg vorne am Haus, am ersten, wo du gekommen bist. Also hier das? Links oder rechts? Na, das zum Sägewerk zu. Also bin ich jetzt am falschen Ende. Ah, ne, hier. Bestimmt. Das bist du, oder was? Ich bin, ich bin gerade raus. Ach, mei. Ich will sortieren hier. Ach, Mensch, was mach ich denn jetzt weg? Ja, ein bisschen was hatte ich schon, ja. Ja, ich kann das schon mal mitnehmen. Das ist, leider ist das alles voll. Ach, ihr Lieben. Oh, ich muss ja so viel Text nachholen. Ey, tut mir leid. Ich mach gleich. Iha! Zweite Mal Bedrohung und, äh, Tomacek kann mich wieder nicht umbringen. Tut mir echt leid. Äh, so spät. Zu spät. Da war sie zu spät einfach. Ja. Ist, äh, seid ihr noch drin? Ich weiß nicht, ob der Einzelspieler jetzt hier noch irgendwo rumkraucht. Ja, sehen wir ja nicht, wenn du noch im Leben bist. Ja, ich geh doch schon. Ich bin noch schon am Rausgehen. Und? Ach, endlich. Ich bin noch am Rausgehen.